Wie darf ich das jetzt verstehen? Nächste Woche. Also hast du Freitag, Samstag keine Zeit? Ja, naja, gut, dann können wir es gleich so machen. Dann mache ich Freitag, Samstag eh meinen Strategietag. Wenn wir dann nur den Sonntag haben für die Woche, dann würde ich gleich sagen, dass wir hier wieder 1, 2, 3 Fälle durchziehen. Freitag auch. Gut, dann ist natürlich wieder die Sache, dann hätten wir wieder 2 Tage. Und da könnten wir eventuell ein neues Spiel machen. Aber ich muss erst mal sehen, weil wie gesagt, ist es ja momentan vielleicht sogar, vielleicht sogar die böse Krankheit im Anmarsch, weiß ich nicht, muss ich sehen. Weil die Einschläge, die letzten 2, die waren schon recht nah. Deswegen, müssen wir erst mal gucken. So, wie gesagt, nächsten Freitag, dann würde ich hier weitermachen wollen. Morgen und übermorgen ein bisschen Strategie und abends dann Football Manager. Gucken wir mal. Danke dir, ich brauche alles Glück der Welt, dass die Scheiße an mir vorbeigegangen ist. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wir uns das damals beim Arbeitskollegen eingefangen haben. Bei dem seine Frau, die arbeitet im Pflegeheim. Und da hatte sie es herbekommen, denke ich mal. Und sie hat dann ihn angesteckt. Und ich denke mal... Na, mal schauen. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns eventuell morgen oder am Freitag wieder. Bis dahin. Bye, bye.